Musik 33, 34, 34, 35 Guter Eman! In der Wohnfuhr! Was mache ich wenn wir den... Ja, ich weiß nicht! Was ist der Magelfrist? Das ist so schön! Was ist denn da? Gau, gau! Eintritt, Austritt, wenn man das auffällt? Nein, doch, passt nicht auf der Schreibung! Elf, zwei, vier... Das ist so schön! Musik Wir haben uns alle versammelt hier im Bezirk Melch und jetzt versuchen wir überall hier ein bisschen zu helfen, ein bisschen zu schaufeln, ein bisschen zu rechnen, ein bisschen zu putzen über was halt nur geht. Und ja, es ist anstrengend, aber es macht sehr, sehr viel Spaß, vor allem wenn man dann sieht, dass sich die Leute auch freuen dürfen. Diese Aktion, das ist Filosofen. Okay, das ist es ein bisschen zu lachen, aber es ist ein bisschen zu tun. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. So, wie ist das? Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Die Menschen haben immer so etwas gegeben. Wir haben es ihnen gegeben Hoffnung und wir haben es ihnen gegeben an Glauben, dass es weiter geht. Und das ist das Ureigenste, was man unter Menschen nicht versteht. Ich finde es unheimlich toll, ich bin es unheimlich beeindruckt von euch, dass man so etwas so spontan tun kann, dass man einfach sagt, ich bleibe nicht sitzen, wenn es einem anderen schlecht wird, sondern ich springe auf, gehe dort hin und hilfe dem selbstlos und frage nicht, was kriege ich dafür etc. Dafür noch einmal recht, recht herzlichen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.